Lalalala We care for when you're supposed by the hydrogen Lalalala 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 We care for when you're supposed by the hydrogen Aber ich möchte mal nen Kurs machen Fotografie für Anfänger Nachbearbeitung für An... Nachbearbeitung für An... Nachbearbeitung für Anfänger Preis A kostet sogar Geld, ja alles ne Aber vielleicht gar nicht so schlecht Tonbar über Computer Wissen für Anfänger Computerwissen kann nie schaden als Typ, wenn man auf dem Computer benutzt, ne? Achso, hab ich alles in meinem in einem Buch da drin. Okay, gut. Naja. Da kommt der Techniker gleich noch vorbei. Es wird auch immer teurer, das rumzuerzählen, ne? Da besteche ich Leute, dass die das rumerzählen. Ey, Techniker, sag mal, den Kollegen, die sollen mal bei meinem Kanal vorbeikommen, von den Kollegen bei Tech Systems. So. Das dauert aber lange, ne? Kann ich in der Zwischenzeit nichts anderes machen? Spiegel, Kleidung ändern. Family No. Hm. Ich verliere wieder Geld. Oh, 80 kostet die Wohnungsmiete. Ah, ich hab grad Wohnungsmiete. Miete bezahlt. Okay. Das heißt, ich muss immer 80 haben, Mitarbeitergehalt. Null. Jo. Wow. Du, in dieser Wohnung ist auch, glaube ich, irgendwie kein Platz für Mitarbeiter. Da müsste ich schon eine richtige Firma haben, irgendwo. Außer will ich auch nicht wollen, dass meine Mitarbeiter hier in meinem Haus rumlaufen, so. Ganze Zeit. Er kann jetzt mal reinhauen, hier mit dem Scheißlesen. Neue Tastaturen. Okay. Das Multimonitoring-System da. Das gefällt mir. Darauf spare ich echt. Einfach nur so, weil ich sowas liebe einfach. Ich hab bei mir selbst auch drei Monitore immer. Also ich mag sowas irgendwie mega gerne. Webcam. Ja, wäre ich auch gar nicht so blöd, mal bessere Auflösung hier zu haben. Das war ja bei Webcam, glaube ich, ne? War jetzt da drin, ne? Ja. Neues Mikrofon. Wie farb ich? 130. So. Oh ja, ne. Dann spare ich lieber noch auf das teurere Mikrofon da. Das chillige USB-Mikrofon. So, dann müssen wir mal ein bisschen Geld hier nochmal das Anschaffen gehen. Oh, dein Zuhause? Kann ich da immer noch was Neues? Oh, und zwei Zimmerluft umziehen. Nee, geht aber noch nicht. Hm. Schade. Hätte mich auch gewundert, wenn ich jetzt direkt wieder umziehen könnte. Mal mal schnell arbeiten. Oh, da kommt was aufgeploppt. Meine neue Webcam. Gerne doch. Oh, okay. Ich kriege viel Geld dafür. Heilige Scheiße. Kein Unboxing-Video. Vor dem Zocker. Okay, dann zock ich das Spiel mal. Wo sind denn meine Spiele? Ist das meine Spiele? Ah, das sind meine Spiele. Okay. So. Habe ich ne PS? Oh, er muss die Konsole erst kaufen. PSP. Ah, Alter, nicht dein Ernst, oder? Zwei Stunden, komm. Dann müsste das Video auch gleichbar fertig sein, ne? Komm, ich will das Geld haben dafür. Scheiße, wie viel kostete die? Ich glaube, die kostete noch ein Stück mehr. Ich muss gerade etwas für meinen Computer holen. Dann bin ich gleich wieder weg. Oh, da ist die Person nicht zu Hause. Dann juckt mich das nicht. So. Scheiße, Mann. Ich muss am 9. März das rausgebrochen. Wir haben schon den 7. Fuck. Zack, komm, Junge. Hau rein. Ich muss die Kack-Konsole jetzt endlich kaufen. Da muss... Oh, scheiße. Es dauert dann natürlich die... Das da. So. Verkaufen. Nicht genug für die Miete. Aufpassen. Aber ich kriege ja Geld, wenn ich das... So. Ich muss das Video mal ankommen hier auch. Oh. Das Video allein. Die Videokonsole. Das Essen. Öffnen. Oh, nicht verkaufen. Abbrechen, komm. Wir wählen. Auch wenn es Kack-Bewertungen hat hier alles. Oh fuck, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Gameplay. Okay. Zack. Gameplay. Komm. Oh, rein, Jungens. Gameplay. Gameplay. Zack. Für meinen Braum. Zack. Damit die Zuschauer sehen, dass ich das Video extra nur film... Oh, FIFA. Nice. Sucker Rocket Romp. So, du hast ein verschlecktes Eif-Däum gefunden. Mach ich schnell einen professionellen Kommentar, weil ich glaub, die Zeit auch... Alter, warte. Geht der Mini-Röger so ab, ey. So, zack. Ja, ich weiß. Die Hälfte des Teams wurde verletzt. Spieltutorial. Äh, mach ich mal einen mörderischen Blick, du. Ja, sie freut, ey. Das ist kein mörderischer Blick, man. Spiel hängt sich auf. Lustiger Kommentar. Das ist also witzig, wenn FIFA sich aufhängen würde. Meine Güte. So, und weg. Okay, das ist... Ey, was macht der denn? Ich mach nie wieder hier... Dinger hier an der Konsole, ey. Wie er sich immer freut, ey. Das ist ja... Schrecklich. Leute, die sich freuen, ey. Schrecklich. Schrecklich. Zack. Oh, keine... Keine Renderpunkte mehr. Jetzt hab ich keine Render... Ah, okay. Die Full-HD-Auflösung zieht Renderpunkte auch weg. Oder was? Oh, what the fuck. Ich hab's nicht geschafft. Oh. Scheiße, ich... Ja, zock mal ein bisschen an meiner Scheiß-Konsole, ey. So, Superfood. Ah, okay. Superfood heißt also in der Internetseite. Topseller. Tourist... Small Tourismo 4. Oh. Rennspiele. Soll ich mal... Ah, nee, das ist für die PS2. Oh, hier ist ein schön billiges Spiel. Das kaufe ich mir auf jeden Fall. Ach komm, ist ja scheißegal, wenn ich... Ist für die... Das ist wieder gerade am Abfallen. Das spielt auch ganz beliebt. Ah, kauf ich das mal. Zack. So, dann muss ich aber erstmal wieder genug Geld danach verdienen. 50. Um meine Miete auch bezahlen zu können am Ende des Monats. Gut, wir haben noch ziemlich am Anfang des Monats, aber trotzdem will ich es so machen, dass ich immer mindestens 80 habe, damit ich dann erstmal safe bin. So. Hallo, mein Paket will ich am öffnen. Ey, der Typ ist auch... Hat der... Meine Fresse, hat er kein eigenes Zimmer. Mein Punkt Computer ist zu langsam. Ja, benutzt ruhig mal. Kein Ding, Junge. Warum nicht? Meine Güte. So. Zwei neue Spiele. Das ist sehr gut. Und das heißt, ich kann sofort die neue Spiele... Ich mach einfach mal... Soll ich ein Preview davon machen? Ich mach ein Gameplay. Komm. Ganz gut. Wir können gerne mal... Für die Niko Softbox Preview. Okay. Dann muss ich aber erstmal wieder ganz viel Geld verdienen hier. Äh, ja. Ganz viel Geld verdienen, damit ich mir diese komische... Oh, verdammt. Ich bin grad vermisst. Hast du auch gekommen? Essen. Bis wann muss ich das denn gemacht haben? 20. März. Okay. Sechs Tage Zeit. So. Wieder arbeiten. Okay. Erstmal natürlich gucken, wie viel... Die Z-Box kostet. Und dann erstmal arbeiten gehen, bis wir uns die leisten können. Z-Box, Z-Box, Z-Box. 299. Holy moly. So. 40. Ja. Ist egal, was wir nehmen. Ich mach Eventbegleiter. So. Oh, gleich krieg ich aber auch ein bisschen Asch. Ah, gleich krieg ich ein bisschen Geld für mein anderes Video. Das... Ah, dann dürfte das sogar echt gehen. Dann mach ich jetzt schnell nochmal ein anderes Gameplay hier. Von diesem anderem Spiel, was ich mir geholt hab. Genau. So. Irgendwanns. Konsole kaufen. Ja, komm, mach dein scheiß Bett nicht. Komm. Wir haben Zeitdruck. Boah, scheiß, ich krieg das so schnell hin. Ich weiß es nicht. So. Non... Z-Box. Brauch ich. Oh, ich hab wieder rausgetappt. Ich hasse es, wenn ich auf einen anderen Bildschirm komme. Oh. Scheiß auf Essen. Ich muss... Ein Let's Play machen. Ne, Let's... Was soll ich machen? Fuck, 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 fuck. Äh, preview, 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 oh, ich hätte beinahe was, was falsch gemacht. Ah, das ist so stressig. So, preview. Video starten. Ja, alles. Alles gut so. Mach hin, Junge, es ist schon 18. März. Oh, meine Fresse. Äh, äh. Feilig. Oh, ist gleich schon. Ich schaff, ich schaff das wieder nicht. Meine Güte, ey. Aber da brauch ich hier zwei Stunden, bis zum PC zu gehen, ne? Ja, guck, fast drei Stunden. Ne, du... Ähm. Warte, weißt du, was? Ich mach das hier ein bisschen kürzer heute mal. Und wenn das nicht zu lange zum Rendern dauert. So. Dauert das nicht zu lange zum Rendern. Oh, scheiße, jetzt hab ich gar keine Dings reingetan. Scheiß drauf. Komm. Einfach das Video, ich krieg ja Geld. Dafür oder nicht. Egal, wie gut das ist. Glaub ich. Ja, können wir machen, aber mein Video liegt gerade hoch, von daher. Okay, es haben wir jetzt echt geschafft, noch das Video zum Hochladen zu bringen. Ach komm, scheiß drauf. Okay, es liegt hoch. Wir haben den 19. Es ist fertig gerendert, aber es muss noch hochladen. Aber erstmal müssen wir jetzt zu diesem tollen Event gehen, wo das neue Spiel Romantic Trampoline vorgestellt wird, für die... Was? Keine Ahnung. Willkommen auf der Präsentation von Romantic Trampoline. Das ist ein Sandbox-Spiel und wir werden es auf Nintendo DSS rausbringen. Okay. Mhm. Gut. Mhm. Die Bewertung von gut. Ja, okay. Toll. Die Presse, dass ihr das so seht. Ja, ja, das ist wieder am 21. März, okay. Da ich die Nintendo nicht mehr mehr besitze, will ich es höchstwahrscheinlich auch nicht spielen. Aber gut. Oh, wir haben beinahe die 50.000. Wir haben beinahe die 50.000, Leute. Guck mal, währenddessen wir auf dieser Dings waren, muss doch locker das Video hochgeladen sein, oder nicht? Locker. Oh, jetzt haben wir hier wieder die Chance, ein paar Leute zu treffen. Das ist hier ganz gut, Ma. Bisschen talken. Ne? Warum nicht? Ähm. 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 Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. So. Weiter geht's. Nächste. Oder ist das eine Frau mit Schnauzer, oder? Ähm. Doch, das ist eine Frau mit Schnauzer, ne? Ähm. Bla, 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 bla. Alles klar. Dann geht zu jeder hin, äh, bla, 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 bla. Und geht weiter, äh. Bla, 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 bla. Ähm. Bla, 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 bla. Alter, das ist voll das Echo. Bla, 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 bla. Okay. The fuck. Noch reden. Mit der Jayden doch. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Hm. Ähm. Ah. La, bla, bla, bla. La, bla, bla, bla. Ah, bla, bla, bla. Bla, bla. So. Ne? Aber wir müssen jetzt langsamer nach Hause. Aber noch hier posieren. Wächter! Du wirst nicht... Warte, bis ich gehe. Nein! Ich bin viel berühmter. Moinsen! Der geitgeile Sack ist hier. Hm. Ich bin nicht wirklich bekannt. Halt den Mautisch dir. Du bist ein richtiger Wichser. Du bist noch nicht bekannt genug. Ich höre... So lange kann ich bekannten YouTubern zählen. Guck mal! Der sagt... Er sagt selber, dass er zu dem bekannten YouTubern zählt mit 50.000. Ich brauche etwas größer... Einen größeren Auto. Um noch viel mehr Videos zu machen. Ich brauche meine eigene Wohnung. Das ist... Das ist so ein Punkt, ja. Aber habe ich es geschafft, den... 20. März hochzuladen? Ich schaffe das ernsthaft, ne? Nice. Das Video ist perfekt geworden. Hauen wir mal zuschauen. Nice! Holy shit. Jetzt kriegst du auch noch Geld dafür, für das Video. Naja. Jetzt kriegst du auch die